Wie gut kennt mich mein kleiner Bruder. Wir sind heute unterwegs und ich dachte mir, er sucht mir heute Snacks aus und ich bewerte seine Auswahl. Are you ready? Musst du Nougat-Croissant? Ja. Gut, ne? Schön warm, nicht zu knusprig. Pretty good. Nummer zwei. Ein Croissant mit Schokoguss obendrauf. Die Schokofüllung ist geil. Wow, wow. Ich hab's dir gesagt, wir müssen heute gut essen. Die Brezel mit Topping ist auch cool. Das ist voll lecker und saftig auch. Mega gut. Ich bin ja eher der herzhafte Fan, deswegen waren die beiden jetzt in der engeren Auswahl. Dadurch, dass diese Brezel so unerwartet lecker war, muss ich tatsächlich die als Favorit wählen. Wetter, die Snacks war euer Favorit.